Gary durfte bei Sturm der Liebe erste Modelerfahrungen sammeln. Gemeinsam mit Sherin posierte er für ein Shooting. Die Bilder davon wurden jetzt veröffentlicht. Allerdings fällt die Reaktion auf Gary überhaupt nicht gut aus. Im Netz braut sich ein Shitstorm gegen ihn zusammen, mit dem Gary sehr hadert. Dabei steckt er sowieso schon im Gefühlschaos, da er sich zwar für Merle entschieden hat, sein Herz aber für Sherin schlägt. Durch den Trubel um das Shooting kommen sich die beiden auch wieder näher. Währenddessen wird Josies Herz erneut gebrochen, als sie den Kuss von Paul und Constanze mit ansieht. Sie will nicht mehr länger am Fürstenhof bleiben und plant, Bichelheim hinter sich zu lassen. Ihr Vater Erik ist gegen diesen drastischen Schritt und hat auch schon einen Plan, wie er sie zum Bleiben überreden kann. Wie dieser Plan aussieht, erfahrt ihr in einer neuen Folge von Sturm der Liebe am Mittwoch um 15.10 Uhr in der ARD. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik 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 .